Halt merkt man, ich hab dir angeboten, eine Starcraft zu spielen, du hast gesagt, du bist beschäftigt mit wichtigen Dingen. Ja, zum Beispiel mit der Aufnahme. Ich nehm grad auf, Hazard Ops sind wir alle und wir spielen ein Zombiespielmodus. Wie heißt der nochmal? Eastmodus. Danke sehr. Also meine Sammelpunkte, um besser zu werden, um sich neue Menschen, neue Monster zu erschaffen. Ich hätte fast da. War klar, dass mir Oli gleich wieder einen Headshot gibt. Hazard Ops ist dieses Spiel, gibt es auch kostenlos, ich mag irgendwie kostenlose Spiele. Wie versteckt man sich nochmal hinter was? Ähm, das geht hier nicht. Oh, auch gut. Ja, bist du wie so ein Kampagnen-Typ, der mit einem Schuss tot ist und das machen die Zombies auch mit dir, die wollen hinten dich. Oh, hinter mir, Killer Kick! Nein! Oh, war das knapp. Ah, danke. Kein Problem, kein Problem. Wenn die als Vieh spawnen, dann müssen wir weg sein. Die können mich jetzt auf Bogenschützen nehmen und dann sind wir am Arsch. Oh nein, ich bin weg. Oh, scheiße, muss gelohnt. Ich nehme Shotgun, oder? Shotgun, ja. Oh, ich habe Bogenschützen. Das kann ich nicht leiden. Nein, 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 nein. Ja, ja, nein. Nein, daneben. Ja, ja, nein. Also ihr seht, wie es funktioniert, man Summit-Punkte und kann dann andere Spieler nehmen. Oh, jetzt gibt es auf die Fresse. Jetzt gibt es richtig schon auf die Fresse. Ich habe schon 5.000 Punkte. Sag mal, du bist... Du kannst ja schon schießen. Junge, das wird langweilig, wenn wir das ganze Zeit so machen. Komm, komm ran. Du kannst mir sowieso nicht entkommen. Na, du bist scheiße, Karl. Wenn, Oli, du hast nicht schon deine Factory, oder? Als ich mit ganz vielen anderen Leuten gespielt habe, habe ich irgendwie gewonnen. Und jetzt bin ich gerade voll schlecht. Ja, weil du hier mit Leuten spielst, die Skill haben. Nein, 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 nein. Und ich, sich immer wieder als Standard-Tombie, so wie Karl, sterben lassen und Punkte zu kriegen. Hey. Wie dämlich ist das denn? Hör auf zu copy-pasten, Junge! Cool! Nee, nicht uncool. Uncool, Junge! Hier ist Maxi. Hinter dir, hinter dir! Ähm... Jetzt müssen wir bloß noch Karl finden, der ist normaler. Ähm, irgendwie mit F konnte man ja auch noch so eine Messer, quasi Messer... Äh, ja, also Waffe. Wie gesagt, du kannst ja normal schlagen. Du bist ein Nahkämpfer, du brauchst das nicht. Oh, Achtung, der wanted it dich. Das ist dein Counter. Alles klar. Wenn er mal ankommen würde. Ja, ich... Rot, weil er mich nervt. Ja, das war meiner. Ja, klar, ich weichte aus mit dem Todstick und du... Karl! Wo ist Karl schon wieder? Kämpfer unserem Spawn. Der Käpt'n dich erst nach wie der im Busch, oder? Oh, Achtung, hier war meiner. Hey, komm, ich will nicht sicher. Das ist scheiße. Jedes Mal, wenn ich Karl als Team-Mate habe, war dir ich auch so. Hä, kann ich gut rennen, Achtung. Oh, ne... Ja... Kinderkicks, renn nicht so. Kinderkicks, trete dich mal um, trete dich mal um. Hallo. Okay, tschüss. Hehehe. Oh nein, mein Counter. No! Los, wir müssen ihn einzingeln. Hallo. Max, warum bist du so scheiße? Tschüss. Weil ich mit Karl im Team bin. Haha, geile Antwort. Also, das ist ein super Spaß. Das ist super, Junge. Geil verfehlt. Ich pass auf. Hinter dir. Hörst du mich verarschen? Ich hab gelernt zu dodgen gegen die... Ach, komm. Nicht schon wieder einer. Den wollte ich gar nicht nehmen, auch verdammt. Ernsthaft, mich mit meinem Skill dodged du aus und von Karl lässt du dich eiskalt treffen. Weil ich nicht vorbereitet war. Na los, wo seid ihr? Ey, guck mal hinter dich. Das gibt auch die Fresse. Mensch. Du hast schon Tiger-Clash? Nein. Guck mal hier. Ey, mein Maschinen-Gun-Typ, guck mal hinter dich. Guck mal hinter dich, mein Maschinen-Gun-Typ. Oh Mann. Ah, gut, du kommst dir aus. Das ist immer gut. Du sei da. Alter. Ich kann so gut schießen heute. Na los, komm her. Los, komm her. Die Runde hab ich gefeatet, aber auch nur, weil Karl gecampt hat. Und mir keinmal geholfen hat. Oh, du machst mir so viel Damage. Indem du an mein Schild schießt. Ich bin heute so gut im Schießen irgendwie. Ey, das war mein Kill. Achtung, das ist ein Schwerträger. Ich frag mich grad nur, wo. Ah. Hinter uns. Killer-Kicks. Ja, ich hab'n Plasma-Schuld aufgestellt. Jetzt musst du warten, wo ist mein Plasma-Schuld wieder. Ich bin heute so gut im Schießen, Junge. Komm ran. Fuck. Ja, du bist heute so gut im Schießen, Karl. What? Hier ist ne Witch. Boah. Ne Bitch. Ich hab irgendwie Flächendamage gemacht. Ich dachte, jetzt hier ist ne Witch. Hier von... Ich nehm mal wieder die Schotten an. Wer denkt die immer so, weil die von Left4Dead so aussieht? Ich hab hier so Bodyguard mit diesen kacken Gift-Bällen. Äh. Der ist gut. Ja, der gegen mich ist doch gut. Das ist Karl, aber er kann nicht skillshotten. Er trifft kein dieser Bälle. Na, 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 na. Moment. Zack. Zack. Autsch. Du hast die Wand geworfen. Kameraden. Fuck. Achtung, Gift-Volker. Alter, ich konnte ausweichen. Nicht zu mir. Ich kann's nicht sehen. Wie cool bin ich der Kart ausgewichen? Ich bin tot. Lass nach. Achtung, er kommt von rechts. Boah, Alter. Mega krass. Hast du mich schütet? Ja. Sicher. Läuft. Ich lasse mich mit zwei Leben. Hier ist Karl. Okay, man kann schneller nachladen, wenn man er drückt und dann genau in der Mitte bleibt. Hilf mir, er ist so ein fetter Terrakotta-Dämon. Alles klar. Der ist doch schon weg. Ah, mit Lärters, da kam ich sicher so komisch weg. Aber du hast mir noch fett damage reingedrückt, muss ich sagen. Das ist normal bei der Doreno. Komm ran, du fetti. Ah, du Penner, du. Ich nehme mal den Sankturion. 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 Komm ran. Feigling. Komm ran. Du kannst mich nicht. Was? Was? Junge, das ist unmöglich. Wie kannst du mich damit töten? Dem ich Skill habe. Ja, Carlos. Ich war nur Hardline. Ja, los, schlag ihn, schlag ihn. Nein. Wir müssen anstimmen, du bist ein Tod. Los, komm her. Mit Rest, die einmalig anstimmen, du bist ein instant weg. Feigling. Ah. Warte, Richtung. Voll. Was für ein Feigling, der Junge. Nein. Hinter dir. Ein Bodyguard. Ich unterstütze dich, wenn ich rankomme. Ich sing gerade überhaupt nicht. Ist tot. Ach, ehrlich. Ich komme, Maxi. Ich kann ihn nicht sehen. Ich weiß nicht, wo er ist. Ah, dort. Nein. Nicht das, nicht das, nicht das. Oh, ich kann nicht sehen. Nein, aber das ist mega mies. Manche. Nein, er hat so einen Juggernaut, weil mich instillt. Aber ich kann ihn nicht sehen. Das heißt, ich kann ihn nicht ausweichen. Runter. Ran, Junge. Tschüss. Ja, ein Lebensraum. Der Juggernaut kommt von hinten. Ich sehe dich, das warst du. Nein. Doch. Doch, ich kann nicht sehen. Du hast es zu vergriffen. Du hast mich nicht gesehen. Irgendwie finde ich von den Menschen keinen wirklich gut. Ja, ich sage, ich finde auch die Zombies sind viel stärker. Auf jeden Fall. Das Spiel macht einfach super Laune. Ich, 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 ich. Frag mich, warum ich... Los, komm her. Los, komm her. Ich verstehe es nicht. Das sind irgendwie viel zu verhalten wie die Zombies, dann dominieren wir sie, weil da bin ich besser. Oh, er läuft. Perfekt nachgeladen. Ich liebe es. Vampire of Death Power. Oh, er hat gehört. Er ist the Vampire of Death. Also es ist riesen Vieh. Oh, das ist natürlich sehr schön. Ach nee, er ist doch nicht. Er hat nur bloß verorscht und ist ein normales Vieh. Ich verreck die ganze Zeit, wie soll ich der Vampire of Death haben? Oh, kacke. Den habe ich gar nicht gesehen. Dum, 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 dum. Alter, das ist ein schöner Typ, ein schöner Instantkill. Wo? Wo bist du? Alter, ich sehe dich nicht, du Penner, du. Nein. Wo? Komm her. Warte, warte, ich muss genug die Treppe hinuntergehen. Achtung. Wegen Giftgas. Ja. Siehst du, Karl? Nein, ich sehe gerade gar keinen. Hier ist er. What the fuck? Nein. Bist du schlecht? Du standst hier neben mir. Der stand so, wie die Säule hier standen. Er hat mich nicht mit dem Ansturm getroffen. Bist du gut, Junge. Ich, du hast mich davor getötet in meinem Ansturm. Du hättest mich trotzdem treffen. Du bist nicht dein Leben, Junge. Oh, hallo. Ich habe da gerade vorher nicht mit gerechnet. Autsch. Autsch. Tja, ich weiß, ob man schießen kann. Oh mein Gott. Wo ist er? La, 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 la. Ich bin... Oh, drehe ich mich erst mal falsch rum. Ach komm, das ist nicht cool. Mit der Sniper. Mit der Sniper geheadshotet. Ja. Komm, dieser Selbstmord mit dem Granatwärpertyp ist wirklich nicht lustig. Nicht um links, oben rechts steht genau, was er sagt. Oh, wir haben gewonnen, die erste Runde. Komm. Die du... Karl, bitte nicht viel. Ich versuch, sich irgendwo zu vercampen und aus dem Hinterhalt anzugreifen, aber nicht offensichtlich. Ey, ich greife offensichtlich an, okay? Nein. Seid ihr schon lustig? Ah, es wird wieder der Tag. Ja, klar, wenn wir da sind, wird's Tag. Läuft. Ja, das war langweilig. Ja, wir sind hier halt die Hellen. Die anderen, weil sie waren so ein bisschen... Sind halt nicht so hell in der Birne. Wir sind so ganz hell in der Birne, deswegen wird's auch hell. Ich hab's noch nicht gesehen. Und du? Auch noch nicht. Ich wasch die nochmal durch. Ich glaub, die sind auf der rechten Seite von der Map. Von unserem Swann ausgesehen zumindest. Alles klar. Ah, ne, ich hab grad einen gesehen. Ich hab grad einen gesehen. Ah, ich hab hier noch gar keinen. Da ist einer, da ist einer. Er schießt auf mich, er schießt auf mich. Wir sind zwei. Oh. Wir sind zwei? Ja. Okay. Was? Ich dachte, ich hab dich gekillt. Ich hab beide. Hast du beide? Jupp, dann weiß es rot. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ohne Schaden zu nehmen. Nein, ich hab dich mal getroffen. Nein, ich bin full life. Nein, ich bin full life. Ich hab dich mal getroffen. Ich bin aber full life. Ich kann einen screenshot machen, kannst du senden. Jo, mach ich jetzt. Ich lass da hoch. Kannst du gerne dann gucken. Ich lüge nicht. Oh nein. Karl hat wieder diesen scheiß Granatwerfer, der komplett useless ist. Stimmt, ja gar nicht, ich hab dich. Und stell dir vor, er ist useless. Bleib stehen. Bleib. Nicht stehen. Das war nur ein Scherz, Junge. Auch doch. Nein. Nein, 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 nein. Sein Ernst, Karl. Du läufst mit dem Standardtypen rum und verreckst und feedest damit Oli noch mehr. Ey, mich mal bitte jetzt nicht töten, ne? Hahaha, killer. Wenigstens bist du nicht explodiert. Ich dachte schon, du machst selbst Mord. Es läuft, es läuft hier Es läuft, ist er gut versteckt Er ist Batman, wieso? Ich bin Batman Er kann es halt, er ist immer Batman Voll cool, wieso bist du Batman? Ich will Batman sein Er hat ein Kostüm bekommen Alter Ich habe den Dark Knight gekillt Sehr gut, sehr gut Der Dark Knight kommt wieder Ich hoffe, du hast einen großen, da kommt ein Crusader Der Dark Knight kommt Der Dark Knight Du bist scheiße, Karl Ich weiß Ich habe dich gewonnen, Schulte Nein, ich lebe noch Daneben Du triffst auf mein Schild Sehr gut Ich treffe nicht nur ein Schild Ich schieße immer bloß, wenn du nicht mehr schießt Damit ich dich treffe Hallo, Karl Wo? Wo denn? Hilf mir mal, ich habe keine Chance gegen Solitznack alleine Das sage ich dir ja nicht Wo bist du denn? Nein, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben Oh, der Dark Knight Der nächste Batman Ich bin Batman Ich bin Batman Ich bin Batman Ich bin Batman Alter, woher wusstest du, dass ich da bin? Man hat den Luftverspiegelung gesehen Äh Penner Ich bin Batman Oh, und ich bin ein Hund Wieso Hunde sind einfach so useless? Haha Das sind halt so Kamikaze-Fiecher Kamikaze Ja, wie macht man das Kamikaze? Ähm, Rechtskil, glaube ich Ich habe die Dark Knight erchancen, mal wieder Als ob das eine Neuigkeit wäre Ja Okay, jetzt mache ich ernst, Maxi Jetzt bist du fällig Ganz ehrlich, ich habe die Schnauze voll von dir Terakota-Dämon Terakota-Dämon Was zum, wieso porte ich mich nicht? Unter Unter Karl, dein Ernst Ist immer noch Standard-Typ Ja, ich hatte doch gut geschätzt Einen Lebenspunkt, also Ja, weil ich dich wieder treffen kann Willst du dich jetzt hinauf, hier potten? Ja Ahnung, es geht gerade nicht Deswegen rätsel ich gerade, wie ich das machen soll Okay, ich habe es geschafft Haha, aus dem Du verkilst dir meiner Meinung nach Aus dem Verstecken Haraus Was? Ja Eman tötet mein Bro Doch, ich Genauso wie ich dich tötte Der Terakota-Dämon ist Der Terakota-Dämon ist eigentlich auch sehr einfach zu spielen Ich spiele den auch Karl immer, also Triss mich nicht Triss mich nicht Nein, du triss mich nicht Okay, vielleicht trifft er Höh Hahaha Killer, Alter Wie geil war das denn gerade? Teil der Hinterhalt Total special style Ja, fallgegeben Ohohoho Alter, auf jeden Fall sehr geil Was? Das ist so Verwundbarkeit Uncool Nein Alter, das hat so gebackt Ich habe zwölfmal auf Karl eingeschlagen und er ist nicht gestorben. Ich habe mich gewundert, was läuft hier? Ah Oli, ich weiß, dass du jemanden für 3000 genommen hast. Warum? Weil ich dann auf deine Punkte geschaut habe. Naja, hätte ja klappen können. Zwar zieht mich unwahrscheinlich, aber naja. Dann bist du wieder der Terrakotta-Dämon. Nein, ich bin nicht wieder der Terrakotta-Dämon. Ich bin was anderes. Das kann Karl sagen, was ich bin. Ich bin ein Juggernaut. Oh nein. Ich verstecke mich. Alter Deck-Juggernauten. Ich habe jetzt deinen Counter genommen, Maxi. Wer ist mein Counter? Fragst du ernsthaft? Ja. Du hast dieses Vieh ohne Ende. Alter. Alter, wie du grad einfach ins Leere geschlagen hast. Alter, wie du grad einfach ins Leere geschlagen hast. Ich wollte die Verzüge von 2014. Boah. Boah. Spaß. Mein Ernst. Mein Ernst. Viel Spaß damit. Daneben. Wow. Das hat du grad vorhin gemacht. Boah, der ist so extrem. Den sollten die wirklich mal nerven. Ja, ne? Das kann halt Skill-Shotten. Deine Raketen treffen mich kaum. Ja, weil ich dich nicht sehe. Das ist es ja grad. Das ist ja grad die Stärkung. Nein. Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Die Ränder wieder durch. Boah, Alter. Machen wir aber auch fertig. Wäre ich dich? Ja, keine Ahnung, wer mich da grad bekommen hat. Das ist ein bisschen unübersichtlich. Das steht immer oben rechts. Du musst zugeben, ich kann den Ball geil schießen. Sorry. Du musst zugeben, der Ball ist overpowered. Ah, komm. Karl, wenn der Daunt mein Counter pickt, musst du mal was dagegen machen. So. Weil ich nicht gegen ihn ankomm. Nein! Er hat meinen Counter. Was? Alter. Wieso kriegt man dich einfach nicht? Man bekommt dich überhaupt nicht. Danke für den Freefall. Einfach ins Terre schießen. Du schießt die ganze Zeit falsch. Ich weiß. Deswegen ja. Oh, bitte mal nicht töten. Mich hat's aufm Desktop gehauen. Hm. Sehr geil. Ja, komm. Haut die voll weg. Haut die voll weg, haut die weg, haut die weg, haut die weg, haut die weg. Mach ihn down! Auch wenn er aufm Desktop ist. Guck mal, Superskills 2014. Fuck, hättest stehen bleiben müssen. Wie oft muss ich das sagen? Ihr müsst da stehen bleiben, wenn ich das mache. Ha! Ich hab dich getroffen, Junge. Leck mich, leck mich. Du spielst den falsch. Ja. Du musst dich vercampen irgendwie. Du musst versuchen, die Schleimbälle hinterhaltsmäßig zu werfen. Ja, er hat's aber geschafft, weil es leicht war. Ja, weil ich einen Lowlife gehauen hab mit meinen Schleimbällen vorher. Hm, hm, hm. Aber danke für den Tipp. Hallo. Eben. Ja, aber mega. Es war direkt getroffen. Genauso wie der. Oder der. Oder der. Nimm mal den. Nimm mal den. Ja, ich weiß nicht. So beschissen, so beschissen Schüsse hab ich noch nie gesehen. Aber wenn ich wegen deiner scheiß Kotze nichts sehe. Ich 23, 22. Karl, 12, 20. Läuft. Boah. Also spielen wir in Faction. Ja, und das machen wir in der nächsten Runde. Wir sehen uns bis dahin. Verabschiede ich mich. Und sage Ciao, Ciao.